Hallo und herzlich willkommen zu Houted Memories, ein Horrorspiel und weit ich weiß geht es wieder mal um Slender, so wie in jedem Horrorspiel und wir spielen jetzt die Episode 1, es gibt Episode 2 schon. Okay, wir spielen erst mal Episode 1. Auf normal, wir sind nicht gut, deswegen machen wir normal. Und in letzter Zeit kam so wenig von mir, weil ich krank war und meine Stimme war total am Arsch. Und ja, deswegen kam nicht so viel von mir. Black Scream, normal. Was? Passiert jetzt? Ah, okay, okay. Okay, wir sind nicht gut. Was würdest du, wenn du in ein Ort bist du nie gesehen hast? Was ist das denn jetzt bitte? Gott, woher ich bin? Was ist das? Okay, sieht aber sehr schön aus. Ich finde das gar nicht mehr so schlecht für die Grafik hier. Oh, und wie ist das? 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 The adaptation process is the most important process during our course classification assignment. This is why we have choose to alter Facility 109's objectives, from destruction to adaptation. We need this building, this facility. We cannot risk losing it. Destruction of the facility is out of the question. The distance from Coast to Green Park is minor. Perfect for our needs. It shouldn't be too difficult to come up with a convincing story of why the park is close to the public. Okay. Ich hab' ich mal Testaufnahmen gemacht. Ich speichel das jetzt einfach. So. Yes. Das sah sehr schwul aus nach Slender. So. 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 First Station is ready to receive New Visitors. Area is secured and outside disturbance is no more concern. There areальные generators. Project Hound, okay. So, ja, hier ist ein Bild von, sieht aus wie so eine, hier, ne, Schornschleiben mit Rauch und, ach ihr wisst, ich weiß nicht, wie das Wort gerade heißt. Ich weiß nicht, das ist bestimmt mit Story und so, also nicht so, ich muss jetzt alles finden suchen, äh, Seiten suchen und, äh, schon so zu sehen. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Wo sind wir? Da. Okay, dann sind wir. Too bad. Dann müssen wir. Da lang. Okay, hier lang müssen wir. Ich renne mir jetzt nicht so schnell, dass ich gleich wegrennen muss und... Au, ich hab die Flasche halt weggepackt. Das F kann man sich nicht rausholen. Auf... L, O, P, Q, I, über, Z, Ding. Hä? Was hab ich jetzt gefragt? Hä? Ö, M, N, H, H. Auf F und H. Also auf F hat man sie weg. Und auf H holt man sie wieder raus. Behindert. Das hört sich mal so verdammt an, als ob jemand hinter einem ist. Das ist voll grobe. Ich denke, da ist kein Gassiebefühl. Oh, guck mal, wir haben doch so ein Kalister, oder? Petrols from the Calf, ja. Oh, guck dir das ja. Oh, guck dir das ja. Was ist Gin? Was ist denn Gin? Ich hab' ganz vergessen, mein Timer zu stellen. Egal, dann mach' ich vermessen, Parten, egal. Äh. Hier. Jetzt muss ich mir zurück. Meet me at, was? At. Nein, ich hab's, oh, Kakao. Meet me at. Komm, noch mal, bitte tauch noch mal auf. Holy, holy, cave? Heiliger. Oh Gott! Bitte geh weg. Er ist immer noch da. Wie, was kann ich tun? Er verschwindet ja gar nicht. Er ist immer noch da. Wie komme ich jetzt hier weg? Spring! Oh, ich bin so gut. Ist er weg? Gott sei Dank. Nee, auf H kommt ganz raus, genau. Hä? Ja, H. Oh Gott sei Dank. Holy, cave. Also, heiliges. Cave? War doch... Was war denn Cave nochmal? Wir sind a holy cave. Da ist jemand. Heiliger bin mein... Ja gut, ich komm. Ich komm. Ich muss wahrscheinlich hier. Holy cave. Weg, Alter. Ich kam, Herr. Schatzchen. Oh, was ist das? Ich bin da nicht da. Oder? Wo bin ich denn jetzt? Was? Wo ist er? Das ist ja noch gar nicht. What? Ich rufe mit mir. Herr.... ... ... ich hab mir Schaden bekommen fng fett VD 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 Was war das denn, bitte? Muss ich das verstehen? Wir versuchen es beim nächsten Mal einfach nochmal. Ich habe jetzt gerade nicht gescheckt, was das war. Ich war in der Frau, bin runtergefallen und bin... Kann mir das jemand erklären? Weil ich verstehe das nicht. Ehrlich nicht. Komisches Spiel. Verdammt komisch. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Part. Tschüss!